Ihr Menschen alle hört gut zu. Ich bin vielleicht nicht mehr lange unter euch. Speiset die Schwachen unter euch mit dem, was auch ihr isst. Kleidet sie, wie ihr euch kleidet. Wenn ihr eurem Gott begegnet, werdet ihr Rechenschaften oder eure Taten ablegen müssen. Mögen die Anwesenden die Abwesenden warnen. Hier stammt alle von Adam an. Als der vornehmste gilt bei Gott derjenige von euch, der am frömmsten ist. Denkt tief nach über das, was ich sage. Lasset keine Fäden zwischen euch aufkommen. Wisset, dass jeder Moslem der Bruder des anderen Moslems ist. Alle Moslems sind untereinander Brüder. Zwischen Moslems gibt es weder Stämme noch Rassen. Auch darfst du nichts von deinem Bruder nehmen, außer was er dir aus freiem Willen gibt. Unterdrückt niemanden und lasst euch nicht unterdrücken. O mein Volk, ich bin nur ein Mensch. Vielleicht wird mich bald der Todesengel besuchen. Und der Tod wird mich übermannen. Doch ich hinterlasse euch ein Buch von Gott offenbart, den Koran. Wenn ihr an dem festhaltet, werdet ihr nie irregeben. Er wiederholte vor den Gläubigen die letzten Verse des Korans. Siegel und Abschluss. Nicht Mohammeds Worte, sondern Gottes Wort. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Und meine Gnade vollendet. Ich habe den Islam zu eurer Religion erwähnt. Am 8. Juni 632, in seinem 63. Lebensjahr, starb Mohammed.